Beim dritten Tor der deutschen Eishockey-Mannschaft hatten viele Fans beim Public Viewing im Kölner High-Store noch große Hoffnungen auf die Olympia-Goldmedaille. Das änderte sich in der Verlängerung. Die Olympia-Teilnehmer aus Russland gingen mit 4 zu 3 in Führung und sicherten sich Gold. Der erste Moment der Enttäuschung wich aber bald der Freude über olympisches Silber für Deutschland. Ich bin der Meinung, wir haben Silber gewonnen und mit dieser Teamleistung grandios. Hammer. Ich bin so stolz auf Eishockey auf Deutschland. Wahnsinnstruppe. Super. Spitzenmäßig. Also eine bessere Werbung für Eishockey kann es nicht geben als diese Mannschaft. Also alle Hochachtung. Super gespielt, aber trotzdem ein bisschen enttäuschend zum Schluss. Ja. 55 Sekunden hat ein Gefängnis. Wir haben Silber, das ist doch wunderbar. Aber Silber ist ganz gut. Und wir leben. Der Gewinn der Silbermedaille bei den olympischen Spielen ist der größte Erfolg in der deutschen Eishockey-Geschichte. Applaus